Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von War Thunder und Uwe sein Handy hat bloß noch 53 Prozent Akku. Das ist gerade das größte Problem hier. Ja immerhin noch, ich will das alle kriegen, damit sie auch noch anstecken kann. Wird nicht. Ne, wird nix. So, Missionsziele, zerstöre feindliche Flugzeuge, Bodentruppen, bombardiere feindlichen Flugplatz. Mach mal. Jetzt lass uns zusammenarbeiten. Ich kann jetzt mit einem schlechtesten Flugzeug anarbeiten mit dem Flug. Was immer ein schlechtes ist. Das ist, das ist scheiße. Das ist ein Alphazäge scheiße. Das stimmt auch wieder. Good luck and have fun. Arschloch. Das End hat der U2. So, verboten drum zerstören als erstes Mal zu gut anfangen. Zerstöre den feindlichen Flugplatz. Jetzt nicht so leichter ist das. Können wir endlich den Bomber noch mal einsetzen. Wenn die jetzt die Zeit noch haben. Das mach ich auch denn. Bisschen du. Ne. Nimm mich abschießen. Du schießt mein Flugzeug, ne. Ist dir bewusst. Ach, das geht doch gar nicht kaputt. Doch, das geht kaputt in den Scheiß. Ach Quatsch. Doch. Ach. Doch. Ne. Doch, meine Draufleche ist in der Symbolik schon ganz rot unten. Aber nicht durch mich. Na klar. Wie kann das bitte schön sein, dass ich dich treffe, aber die Gegner nicht. Weil genau hinter mir fliegt, weil ich ein eifers Tippe momentan. Du Arsch. So auf damit. Wenn ich andere so abschieße, treffe ich ohne. Nja. Frendi feiert halt noch ein Stück stärker oder was. Wie das heißt. Ist doch scheiße. Attacks-Spiel. Höre ich dafür, wenn du es nicht kannst. Tempo verringern. Komm halt die Fresse, nur weil ich 700 fliege. Man kann die trotzdem nicht einholen. Da 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 da. Hast du mich immer abgeschossen, jetzt? Ne. Ne. Ich bin gerade hier mitten im Gefecht. Ging es ja zu dir. Ah. Ging es dir? Hä? Du musst mal mit der GTA Online spielen wollen, da hast du mich immer abgeschossen. Kritischer Treffer! Echt hier. Das Flugzeug zerstört! Du bist auch schon im Team. Mitchell Потter. Jetzt nicht mehr. Ich kanns. 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 Gesunken. Ich bin gesunken. Sagen wir es verdient. Gesunken. Ich bin gesunken. So, ich versuch es nochmal mit einem Bomber. MC Bomber. Mist. Kacke. Scheiße. Alles Mist. Ach maaaat. Ist das scheiße. So, dich hole ich jetzt. Dich kill ich. Egal was ist. Pick. Pack. Du bist immer besser als ich. Ja, frag dich mal wieso. Weil der Pick Pack mich gekillt hat. Und der Clever Damsko kommt mir jetzt ziemlich nah. Ich verfolge so einen feindlichen Bomber da genau bei unserem Boss rumfliegt. Weißt du. Ich tue was fürs Team. Pick Pack. Ich habe eine offene Rechnung mit einem Pick Pack. Das ist doch wichtiger als alles andere. Du bist doch zerstört, oder? Ich bin zerstört. Das habe ich doch auch schon geschafft. Ich bin der Philipp. Ich brauche. Ich suche immer noch Bestätigung, weil ich sonst keine habe. Ja. Genauso. Ich will erstmal auf Völkreis landen auf einem eigenen Flugplatz und mich reparieren lassen. Angehbar. Scheiße, zu schnell. Ich bin zu schnell. Scheiße, ich habe einen Pick Pack verloren. Aber Pick Pack hat mich nicht verloren. Hm. Mist. Jetzt. Ja, dein Versuch ist mich langsam genug. Sehr gut. Pick Pack ist bester. Der hat drei Flugzeuge gekillt. Das bomberiert ja jemand den Flugplatz. Der Ernst. Ja, bestimmt Pick Pack. Flüger, René. Kleppers. Danku. Klasse. Hat er sich jetzt mit der Bombenzeuge gekillt oder was? Ja. Flüge. Das ist nicht der Ernst. Ja, der Arsch, der den Flugzeug automatieren muss, muss er nicht hören. Wie ist denn da mit diesem kleinen Flugzeug in die Höhe dort hinzukommen? Beständiger Steigflug, bitte. Der Sieg ist greifbar. Ja. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Ja genau. Ich weiß, wir werden einen Steigflug gehen und hier oben aufräumen. Die ganzen Bomberwichser hier oben. Lepperdamskirren. Ja, die war schon zu zeigen, mein Fuß ist doch dumm. Arsch! Das! Ich! Ich brauche eine Facecam! Wie ich mich so aufreg, ne? Ist nicht gesund. Ja, ich weiß, das kaputt ist. Kannst doch mal aussteigen jetzt. Der Abschluss wurde folgendem Spiel auch gut geschrieben. Da sehe ich auch bloß ein Absturz in das Flugzeug. Was soll denn das? So, jetzt mache ich gar nichts. So, jetzt mache ich gar nichts. Ich möchte den Pickpuck eigentlich gerne noch killen, der ist auch da oben. Er kommt gerade voll auf dich zugeflogen, Pickpuck. Uwe, Pickpuck! Über dir! Ja, ja, ja. Scheiße. Kacke hier! Was ist der Ernst? Ja, das freue ich mich. Oh, Pickpuck hat mich schon zweimal gekillt. Ich habe jetzt mein letztes Flugzeug und eine offene Rechnung mit dem. Hm, toll. Nichts. Ja, da klemmert Dumps kurz, der bombt in unserer Basis und der Pickpuck, der holt alle anderen Runde drüben sind. So kannst du... Okay, schon was. Ne, müssen wir mal anders an Höhe gewinnen. Im Vorstuhl? Naja. Was ist denn so gut, dass ein Vorstuhl fliegt? Unser Basis wird von feindlichen Fliegern angegriffen. Teil Bagger auf. In welcher Höhe sind die da oben? Kannst du mir mal kurz sagen? 4.000. Okay. Das. Ist. Nicht. Dein. Ich werde blöde. Ey, mit solchen Cheatern kann man doch nicht spielen, kann ich ja... Der cheater doch. Das ist doch nicht normal. Ich bin raus. Pickpuck hat mich von 5 Flugzeugen, 3 abgeschossen. Das ist gut, wo ist denn der jetzt momentan? Hat denn der nicht abgeschossen? Oben. Da wo oben? Da oben, keine Ahnung, ich bin einfach nur in zwei hochgeflogen. In welcher Ecke von der Karte? Bei denen oder bei uns? Bei uns. Ich bin einfach in unsere Richtung hochgeflogen. Ich seh ihn. Du siehst ihn? Und er eilt auf mich zu, schneller als ich wegfliegen kann. Unser Basis wird zerstört. Ich flieg jetzt von dort auf den Pickpuck zu, wo ich den Kopf schon krähen kann. Total, ich seh den gar nicht. Du fliegst von... Ja, genau so habe ich es auch gemacht. Ich bin einfach hochgeflogen und dann kam er plötzlich. Von hinten. Fliegt doch, da fliegt die Fliegt doch. Das ist bestimmt so ein kleiner 12 Jahre, der ganz oben fliegt. Ah, hier oben habe ich nichts zu tun, hier kann ich mal jemanden abschießen. Scheiße, ich bin zu langsam. Wie hochfliegt denn der? Ja. Uwe, du schürzt ab. Nein, ich habe einen Störungsabriss gehabt. Pass auf, du wirst verfolgt. Jetzt ist der Pickpuck unterwegs, genau. Ja, der fliegt doch neuer, ist richtig. Arsch ist das. Hoch, zieh hoch! Ich bin nicht längst abgeschossen. Achso. Das Ding ist, die sind durch hier. Verloren. Nichts ja nicht. Scheiß Pickpuck. Ja, der Pickpuck, naja, gut. Wenn du ein richtig gutes Stutzig hast, fliegst du gleich über deinem Gebiet schön hoch, so auf 6000 Meter. Dann schipperst du gemütlich da drüber und dann gräst du immer alle, die dort sind. Von oben oder von hinten. Einfach nur ein kleines Kind, was nichts besseres kann ist. Das ist ja einfach nur, ja, und jetzt habe ich mir doch was geschafft. Ja, das funktioniert auch, Philipp. Das funktioniert auch, Philipp. Na gut, dann macht's gut, liebe Zuschauer. Ja, ärgert euch, ne? Ja, ärgert euch nur so, wie ich mich ärgere. Das ist, was der Philipp daher verloren hat. Was soll denn das schon wieder hier essen? Nur Spaß, nur Spaß. Nur Spaß. Alles klar, tschüss.